Ja, liebe Parteifreundinnen, Parteifreunde, mein Name ist Johannes Vogel und auch ich würde gerne in meiner Freizeit neben der Aufgabe als Generalsekretär in NRW im Bundesvorstand weiter an der Erneuerung der Freien Demokraten mitarbeiten. Ich habe mich im letzten Jahr um die Themen Arbeit und Soziales im Bundesvorstand gekümmert. Wir haben zum Beispiel Pegida und der Zerstrittenheit der Großen Koalition ein modernes Einwanderungskonzept entgegengestellt, was wir auch hier auf diesem Parteitag nochmal beraten wollen. Und als die Große Koalition ihr unverantwortliches Rentenpaket auf den Weg gebracht hat, da haben wir gesagt, es muss eigentlich moderne Antworten geben. Wir brauchen Flexibilität, jeder muss selber entscheiden können, wann er in Rente geht. Ich glaube auch in Zukunft müssen wir Andrea Nahles marktwirtschaftliche Lösungen, Generationengerechtigkeit und frische Ideen im Bereich Arbeit und Soziales entgegenstellen. Daran würde ich gerne mitarbeiten und dafür bitte ich um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme. Vielen Dank.